Hallöchen und schönen guten Morgen. Es ist inzwischen Samstag, heute ist Samstag, genau. Wir arbeiten heute nicht und es ist glaube ich kurz nach neun und ich gehe mal kurz einkaufen. Es gibt nämlich kein Toastbrot mehr. Oh, sehr windig. Ich hoffe, es stört mich halt so sehr. Jo, die anderen beiden pennen noch so ein bisschen. Ach keine Ahnung, die schlafen sowieso immer länger. Ich glaube, heute sieht es sehr stark nah am Mordefoe aus oder Strand oder sowas. Bis jetzt schon total warm, 25 Grad oder so. Ah, schöner Tag, schönes Morgen. So, wir sind schon wieder unterwegs. Haha, stark! Oh nein! 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 Das war's. 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 Das war's.